Willkommen zurück. Wir befassen uns in diesem Video mit den zwei weiteren Technologiefamilien, um Klimaneutralität in der Industrie zu erreichen. Wir befassen uns mit Carbon Capture und der Kreislaufwirtschaft. Los geht's mit Carbon Capture. Carbon Capture bedeutet CO2 abzuscheiden aus Punktquellen, dort wo CO2 in der Industrie zwangsläufig entsteht, beispielsweise in der Zementherstellung. Das ist ganz wichtig zu betrachten. Es gibt nämlich Sektoren, wo CO2 einfach aus dem Prozess heraus entsteht. Und die Zementherstellung ist da ganz typisch. Bei der Zementherstellung wird Calciumcarbonat, also Kalkstein, gebrannt in Calciumoxid. Und bei diesem Vorgang entsteht CO2, sogenanntes geogenes CO2. Es wird aus dem Calciumcarbonat das CO2 abgespalten. Und das Schlimme beziehungsweise das Faktum ist, den Prozess kann man mit erneuerbarer Energie so viel versorgen, wie man will. Diese CO2-Emissionen, die bleiben über. So, und jetzt muss man sich was überlegen, was man damit tut. Und eine Möglichkeit ist es eben, dieses CO2 zu nutzen, um daraus Chemikalien, zu synthetisieren, um daraus Baustoffe zu synthetisieren, um daraus Kunststoffe zu synthetisieren. Möglichst so, dass das CO2 langfristig gebunden ist. Das ist da ganz, ganz wesentlich. Wenn man das CO2 eben nimmt und daraus einfach irgendwie einen Brennstoff synthetisiert, den man dann ins Auto wieder einfüllt, dann hat man in Wirklichkeit nicht viel gewonnen. Einen gewissen Teil dieses CO2 wird man wohl umwandeln müssen in Kraftstoffe, einfach um zum Beispiel Flugzeuge zu versorgen oder Schiffe. Aber bitte nicht in der großen und massigen Anwendung, zum Beispiel für herkömmliche Autos oder Lastwagen, da gibt es bessere Lösungen. Sollten CO2-Emissionen sich nicht nutzen lassen, dann kann man sie immer noch speichern. Das heißt CCS, also Carbon Capture and Storage. Dann muss man sich natürlich anschauen, was die Bedeutung von diesem technologischen Schritt ist. Mir geht es in meinem Vortrag hier verstärkt um die Utilization, um die Bindung des CO2 in Produkten, bei denen es möglichst lang eben eingebunden ist. Was man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen sollte, ganz cool ist es, wenn das CO2 nicht aus einem geogenen, so einem fossilen Rohstoff kommt, sondern aus einem biogenen. Dann lassen sich nämlich CO2-negative Kreisläufe eben darstellen. Und in dem Zusammenhang kommt auch die Bio-Based Industry ins Spiel. Die ist nämlich aus meiner Sicht auch eine gewisse Form des Carbon Captures. In dem Zusammenhang gibt es aber ein eigenes Modul, was Sie noch viel, viel mehr darüber hören. Chancen von der CO2-Nutzung. Man kann einen wirtschaftlichen Kohlenstoffrohstoff bereitstellen. Man kann Lösungen für nachhaltige Chemikalien, Brennstoffe, Werkstoffe etc. eben finden. Man kann negative Emissionen ermöglichen. Habe ich euch schon so ein bisschen gesagt. Da gibt es aber auch einiges an Herausforderungen in dem Zusammenhang. Wenn man sich heute anschaut, die Verfahren, die eben CCU, Carbon Capture and Usage betreiben, dann sieht man, dass es da noch relativ einen großen Energiebedarf für die gibt. Man sieht, dass die Technologien sich noch in einer gewissen Form im Entwicklungsstadium befinden, relativ kapitalintensiv deshalb sind. Man muss auch ganz klar darauf achten, dass sich durch die Nutzung von CO2 auch wirklich positive Umweltauswirkungen erzielen lassen. Ganz wesentlich in dem Fall ist das, was auch behandelt worden ist in einem anderen Modul, die entsprechende Lebenszyklusbetrachtung der Emissionen, um nicht eine neue Technologie zu haben, die dann im Endeffekt gar nicht viel bewirken kann. Wenn man es aber schafft, dass die Produkte, die erzeugt werden, lang im Kreislauf sind und nicht das CO2 gleich wieder emittieren, macht das durchaus Sinn. Ja, wenn man CCU machen will, also Carbon Capture and Utilization, braucht man nicht nur das Carbon Capturing, sondern man braucht auch Wasserstoff. Gemeinsam CO2 und Wasserstoff kriegt man ein sogenanntes Synthesegas und das Synthesegas kann man dann eben verwenden, um Kraftstoffe zu synthetisieren, um Kunststoffe zu synthetisieren, um Düngemittel zu synthetisieren, um Baustoffe zu synthetisieren. Wichtig dabei, ich muss mich wiederholen, das ist das A und O dabei, bitte nur jene Synthesen machen, die wirklich CO2 langfristig eben einbinden können. Ein Wort ist da noch zu sagen beim Carbon Capturing, also ich habe über die Punktquellen gesprochen, Es gibt auch Entwicklungen, dass man sich anschaut, CO2 aus der Luft abzutrennen. Sie wissen, wir haben ca. 410, 420 ppm CO2 in der Atmosphäre, viel zu viel fürs Klima, aber aus meiner Sicht viel zu wenig, um es wirklich abtrennen zu können. Das heißt, für CCU mittelfristig müssen wir uns, glaube ich, auf diese Punktquellen eben konzentrieren. Kommen wir zum letzten Technologiefeld, zur letzten Technologiefamilie, die wir eben behandeln in dem Modul, kommen wir zur Kreislaufwirtschaft. Die Kreislaufwirtschaft macht ja in erster Linie Sinn, um eben den Rohstoffbedarf zu senken. Sie wissen, wir haben nicht nur ein Energie- und Klimaproblem, wir haben auch das Thema, dass uns Rohstoffe nicht wirklich ausgehen, aber dass Rohstoffe immer schwerer sind, dass man sie eben gewinnt und da macht es eben Sinn, Rohstoffe wieder im Kreislauf zurückzuführen. Was die wenigsten wissen, ist eben, dass Kreislaufwirtschaft auch aus Energieperspektive einen großen Sinn macht. Eine Kreislaufwirtschaft ist immer energiesparender. Wenn Sie sich vorstellen beispielsweise, Sie haben Eisenherz und das Eisenherz wird zerlegt, die Bindungen werden aufgebrochen, sodass dann Rohreisen und Stahl entsteht. Das ist natürlich viel intensiver aus energetischer Sicht, wie wenn man das Ganze eben aus bereits vorhandenem Stahlschrott macht. Österreich ist im Bereich der Kreislaufwirtschaft auf einem bereits relativ guten Pfad, wie ich meine. Bei uns ist es so, dass der Materialeinsatz und das Wirtschaftswachstum bereits entkoppelt ist. Wirtschaft wächst, der Materialeinsatz bleibt mehr oder weniger konstant. Wir sehen aber, dass da durchaus noch Luft nach oben ist. Wir können durchaus den Materialeinsatz noch verringern, indem man beispielsweise im Sektor Eisen und Stahl den Einsatz von Schrott noch eben verstärkt forciert. Nicht nur im Sektor Eisen und Stahl geht auch im Sektor Papier, geht natürlich auch im Sektor Chemie und geht in vielen weiteren anderen Sektoren auch. Als Beispiel habe ich aber tatsächlich mitgebracht den Sektor Eisen und Stahl und Sie sehen zwei Dinge sehen Sie. Sie sehen einerseits eine theoretische Recyclingroute, ein theoretisch maximales Recyclingpotenzial und Sie sehen tatsächlich das, was wir uns erwarten aus Sicht der Forschung. Wir können in der Zukunft gar nicht so viel Recycling machen, wie wir es beispielsweise aus einer Qualitätssicht vom Stahl gerne machen würden. Warum nicht? Weil wir nicht genügend Schrott zur Verfügung haben. Mein Kollege von der Abfallwirtschaft sagt immer, Abfall ist ein knappes Gut und da sieht man das. In der Zukunft werden einfach die Mengen an Schrotten gar nicht ausreichen, um tatsächlich das Recycling so betreiben zu können, wie wir es gerne machen würden. Nichtsdestotrotz, einiges geht und wir können tatsächlich damit, und das sehen Sie auf der nächsten Folie, den Energieeinsatz deutlich reduzieren im Vergleich zum Status Quo. Das wäre es mit den systemischen Handlungsfeldern im Hinblick auf Klimaneutralität in der Industrie. Im nächsten Modul geht es um die Technologien. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.